Jo Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute reaktieren wir auf das Video Trimax Best of 2018 Trimax Best of Sniper and Funny Moments von LookLook. Let's go! Oh mein Gott, Leute. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Was ist das für ein kranker Scheiß? Das ist das geilste Fortnite-Schwieder-Start. Benutzt du nicht die ganze Zeit Shotgun-Diegel abwechseln? Nee. Das ist doch das Geile. Guck, du machst alles so... Warte. Das ist doch das Geile, ey. Guck mal, sag, 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 oh, scheiß, ich war rumpfler. Oh mein Gott, Leute. Deswegen, 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 die 101s halt gegen dich aus. Oh mein Gott. Das ist doch das Geile, ey, ich bin tot. Der Klippeneis. Der Klippeneis. Der Klippeneis ist am Start, ne? Der Klippeneis ist am Start, ne? oh mein gott ich mache jetzt mal die Kreuzel und die wird gehören, okay, ich snipe aber trotzdem ein bisschen da kommen welche mit dem Fallschirm oh mein gott, äh, bester kill den ich gemacht habe der ist dauer, der ist dauer, ich hab ihn geheadshot bitte in der Luft wo denn, wo denn? süden, 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 pushen meine Eclipse kenne ich halt schon, aber er hat keine Metz krank er hat einfach keine Metz, ey kommt noch einer oh mein gott oh mein gott oh mein gott, Leute er hat keine Metz oh mein gott oh mein gott oh mein gott, Ehre genommen ich hab zwei Biggys, du musst hier nur herkommen, ja klar ich bin in der Digga, kann man die nicht snipen auf die Distanz? oh mein gott ja, man kann sie auf die Distanz snipen, oder? das ist ok werd ihn tripp, ne? oh mein gott oh mein gott oh mein gott mach falle mach falle er ist geist oh je je je, falle 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 Yeah Ja, nice. Nice, Alter. Kann ich jetzt mal bitte in Zeitlupe klipfen? Ich hab wirklich nur, ich hab wirklich fünf Sekunden lang nicht auf meinen Bildschirm geguckt, sondern nur auf die Kastatur. Ich hab so gebetet, dass er noch in meinem Quader ist. Ich hab einfach alles voll, mit voller Fallen. Geil. Alter, wie kann man so lange auf... Hallo, kannst du mir die Türe zuverpassen? Ah, du hast einen Mordrapp. Oh, no. Papa, bitte, mach die Türe zu, bitte. Mach die Türe zu? Da kickt der Dialekt wieder rein. Alter, scheiße. Papa, mach bitte die Türe zu, ich hab dich lieb. Entgutet, ich hab mich auf der falschen Kaste entgutet. Mach bitte die Türe zu, Papa. Papa, bitte. Oh, hier ist einfach ein Lamy-Krimine. Ich finde, auf dem Mobile ist schwierig mit Baum, wenn man das so in zwei Händen hält, kann das sei noch mal recht. Hältst du es in zwei Händen? Hast du keinen Ständer beim Zocken? Näh. Deswegen killst du mit meiner Fahne. Näh. Äh. Ich hab mich nicht verstanden, aber... Der war echt gut. Der war echt gut. Krank. Krank. Oh mein Gott. Hä? Ich hab ihn gebackkelt. Gebackkelt? Ja, ich hab ihn gebackkelt. Hast du den anderen gebackkelt? Das ist lecker. Wie clever das war. Oh mein Gott, ich hab den Raketen. Äh, ich hab den. Du hast den. In der Notfall? Ach du Scheiße! Ich hab die Raketen für dich. Nee! Da, nee. Sorry. Das war der geilste Kill ever. Hab ich ihn mit dem Mist? Oh mein Gott. Ich brauch Hilfe. What the fuck? Ich brauch Hilfe. Mayday, Mayday. Geht aus. Hallo? Kamikaze! Yo! What? Junge! Seine Leiche ist zerfetzt! Das ist die erste Leiche in Fortnite. No joke. Was er sich gut dachte. Was war denn? Hä? Ich hab keine Katze aus Spaß gesagt. Was war das? Oh fuck, ist das echt Harmy? Er hat Harmy gekillt. Das ist die beste Runde aller Zeiten. Ich geh meine Katze aus. Ganz fieser Predigt-Sicherer. Ich bin der Telefon, man in der Telefonie. Ich bin der Telefonie. Pssst! Pssst! Kann man einmal Speed bekommen? Was? Nee! 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 Im Finale. Nee! Nicht im Finale! Was ist das denn? Ach du Scheiße! Ich dachte, man kann nur ein bisschen Bauchlaufen auf ihn legen. Was geht denn? Was geht denn? Ich habe eine Katze. Äh! Es geht um 1000€. Es war... Okay, es war eine Kim. Es war... Es war... Kim. Oh, nein, der. Ich bin ein Norskop. Ich bin ein Norskop. Doch, rausbauen. Boah, ist der schlicht? Isa? Ist das jedes Mal so ein Boost noch mal zusätzlich? Ähm... What the frick? Nee! What the frick? Was ist das für ein Scheiß? Das ist verarschlich. Was ist das? Das kann nicht sein. Wir sind hier in eines der epischsten Games überhaupt. Und Isa hat den abgefucktesten Grafik-Bug aller Zeiten. Boah, wie lange meditiert er, Leute? Wenn ihr mal sehen wollt, wie ich baue und editiere in Fortnite, dann lasst einen Daumen nach oben da. Das ist er. Das ist er. Guckt euch den Loot-Regen an. Play des Monats. Ich hab ein bisschen Gänsehaut. Ja, ich hab Gänsehaut. Nö! Miki-TV. Zack, zack. Was hat er mir denn gegeben? Zack, 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 zack. Zack, zack. Zack, zack. Zack, zack. Komm, jetzt rein. Zack, zack. Zack, zack, zack. Zack, zack. Nee, hab ich den. What? Komm, gib das Ding an. Das war der letzte Spieler. Ich hab drei Kills gemacht. Das war der Triple Kill. Warte, ich hab's. Warte. Warte. Achso, hast du. Nee, du hast es gar nicht. Äh, warte. Warte, warte. Ich hab's. Ich glaub, es war noch schlechter. Editier das doch, Junge. Junge! Editier das doch, du... Editier doch! Ich hab noch nie irgendwas mit dem Pulsgranaten. Ich hab noch nie irgendwas mit dem Pulsgranaten. Noch nie. Pulsgranaten sind so brandgefährlich. Ich weiß noch nicht... Headshot. 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 Oh! Oh! Digga, das ist so eine unnormale Waffe. Die muss doch komplett genervt werden. Ich, das geht nicht, ich konnte es. Aber er ist tot. Ja! Ja! Ich hab's geschafft! Nee, wir haben verloren. Hä? Oh, Marc, was hast du gemacht? Ich hab das Medikid nicht durchgezogen. Und weil ich die Zone nicht gesehen hab, konnte ich da auch nicht hinlaufen. Och, nee. Ich hab's auch schon mal gesagt in das Medikid. Okay, Leute, das war's mit dem Video. Wenn ihr, ähm, mehr Fortnite, ähm, mehr Reactions von Fortnite-Videos sehen wollt, dann lasst einen Daumen nach oben und ein Abo da. Ciao Leute, bis zum nächsten Video. Ciao Leute, bis zum nächsten Video.